Ja und der passt, der passt doch voll zur A-Team! Ist doch so her! Bordell-Stadt! Ich komm gleich, ja mei! Mehr Bordell! Wo kommst du her? Wo kommst du für eine Nationalität? Wo kommst du her? Wo kommst du her? Das kommt echt gut rüber! Ist das scheiße! Hm? Scheiße oder was? Äh, der NPC-Eli! Hilfe! NPC-Eli! Ach! Unvergust! Nupi, dein Musikwunsch läuft, ne? Ja, ich kann das leider nicht hören! Nee, Cernotiermann hätte jetzt einen Moment mit der Hand auf den Chip! Der Heli ist immer noch hier in der Nähe! Was machen wir, wenn wir... NEIN! Blüch hinterfeuer! Sodapro ist nicht dein Ernst! Du hast ein Heli? Wie geil! Sodapro hat ein Heli verhindert! Wieso ist Sodapro tot? Schnell hin! Ich wollt ja sagen, der ist tot! Da links ist der Typ! Da läuft er! Oh, da gibt es Heli! Heli! Heli, ja! Ich seh wieder Heli! Lauf hin! Die wollen damit abhauen! Das ist eine ganze Gruppe! WTF! Krieg! Krieg! Fahr dagegen! Fahr gegen die Heli! Fahr gegen! Fahr gegen! Ja! Wir leben noch! Wir leben noch! Wir leben noch! Fuck you! Fuck you! I'm... Kawabonga! Das ist eine Scheiße! Kawabonga! Nichts, fahr ich lieber noch! Das wackelt! Rechts da! Hopp da! Fahr ich lieber! Hasta la vista! Jawohl! Voll geil! Da! Da ist der Nächste! Tschüss Junge! Da links! Links da! Und im Auto! Ah, ich bin tot! Ich übernehme! Einer von euch muss fahren! Einer von euch muss fahren! Okay, fahr, fahr! Links, links, links! Genau hinter uns! Fahr erst mal weg! Und jetzt wende! Die wollen auf mich in ihr Auto und abhauen! Wende! Wo willst du hin? Mach das Auto kaputt! Mach das Auto kaputt! Ach, das ist gar keiner gefahren! Der ist von alleine gefahren! Mach das Auto kaputt! Mach das Auto kaputt! Scheiße, der zieht genau auf mich! Das ist kacke! Da läuft er! Soll ich ihn versuchen zu schnappen? Wo? 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 Nur ein Pro, muss ich das genug machen? Müssen wir es genug machen? Hast du ihn? Jawoll! Ha, ha, ha! Der nächste ist zu unten! Kommt, wer schnappt sich schnell das Auto hier? So, Robin! Los, raus mit euch! Wer geht raus? Hinten uns ist noch einer! Hinten uns! Hinten uns! Lollh! Ich hab ihn eigentlich getötet! Was soll der Scheiss? Oh, Mann! Was soll der Scheiß? Ich hab ihn eigentlich getötet. Fein, mein Haus ist... Wie geil, Slow-Mo. Hier komm, Kuba, dein Auto, bitteschön. Peter, was hab ich denn für'n... Ja, okay. Nein, halt, halt, da ist noch einer, da ist immer noch einer. Nein, 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 ich steig schon aus, ich bin schon draußen. Alter, wie viele sind denn hier? Da ist noch einer, oder? Nee, komm, wir müssen abhauen, lass erstmal abhauen. Ja, holt uns wieder ab. Oh, bei mir ist rot. Was denn? Scheiße. Egal, achso, ist da noch einer von denen? Oh, nee, Alter, ich weiß nicht, ich hab mir grad noch mal zwei überfahren, oder so. Reifen, kaputt. Okay, ich steig'n Panzer wieder ein, okay? Ja, genau. Alter, das war ja fett. Nix. Aber loote dir erstmal ne Waffe, loote dir erstmal ne Waffe. Oh ja, wo steht denn die? Äh, beim Panzer. Äh, beim Panzer, beim Heli. Links, links, weiter links. Wo läufst du hin? Zum Heli! Oh, wie cool wir den Heli. Wir würden mit dem Panzer da reinfahren und der Heli. Das war so geil. Und das Beste? Und das Beste. Und das Beste. Und das Beste. Und das Beste. Und da ist ganz, wie cool ist. Und das Beste.